Hallo Leute, Apple hat auf der WWDC 2021 iPadOS 15 vorgestellt und in diesem Video zeige ich euch alle Neuerungen, die es speziell für das iPad gibt. Zu Beginn weise ich gleich darauf hin, Apple hat das Update mal nur vorgestellt, wir starten jetzt in die Beta-Phase. Das ist die Developer Beta 1, nächsten Monat erscheint eine Public Beta und im Herbst erscheint die finale Version für alle. So wie es ja auch die letzten Jahre immer der Fall war. Zuerst haben wir mal hier oben einen neuen Button, der einem in Apps angezeigt wird, für Multitasking, Vollbild, Split View und Slide Over. Gehe ich hier zum Beispiel auf Split View, dann habe ich jetzt sehr einfach die Möglichkeit, mir eine App auszusuchen, die eben in die Split View Ansicht mit reingenommen werden soll. Wesentlich angenehmer als es zuvor der Fall war. Und dann kann ich aber natürlich wie gewohnt die zwei Seiten miteinander vertauschen und hier in der Mitte die Größe einer Seite festlegen. Ihr seht, der Button wird mir auch jetzt hier links und rechts jeweils für die Fenster angezeigt. Also ich kann jetzt sagen, ich möchte das linke Fenster in die Vollbild Ansicht versetzen, dann könnte ich das auch so machen. Und dann haben wir noch den Button ganz rechts für Slide Over. Das heißt, dieses Fenster, das gerade offen ist, geht in die Slide Over Ansicht auf der Seite über. Und bleibt dann dort eben auch so lange, bis ich es auf der Seite wegwische. Bei bestimmten Inhalten, wie zum Beispiel eine Notiz aus meiner Liste oder eine bestimmte E-Mail, kann ich das dann in einem neuen Fenster öffnen. Und das wird dann hier in der Mitte geöffnet, so als drittes Fenster. Auch dafür habe ich dann wiederum diese ganzen Buttons für Multitasking. Und dieses Fenster ist aber auch wirklich dann ein neues Fenster, das dann auch im Hintergrund geöffnet ist. Und diese im Hintergrund geöffneten Fenster einer App werden jetzt auch auf dieser neuen Leiste hier unten angezeigt. So etwas in der Art gab es ja schon zuvor, so gefällt es mir aber auf jeden Fall besser. Eine Möglichkeit, das einzublenden ist, indem ich auf die App tippe. Dann sehe ich hier die offenen Fenster der App, kann auch neue Fenster öffnen. Und wie schon gesagt, ihr seht, dass diese Fenster dann im Hintergrund geöffnet sind. Eine Funktion, die es ja zuvor schon gab. Nur die Organisation von dem Ganzen ist jetzt einfach besser, finde ich. Ich kann hier so ein Fenster auch nach oben wischen, dann wird es komplett geschlossen. Über diesen neuen Button oben in der Mitte werden einem diese Fenster auch eingeblendet. Vorausgesetzt, weitere Fenster dieser App sind im Hintergrund geöffnet. Es ist auch möglich, hier ein Fenster einfach in die Splitview-Ansicht zu ziehen. Und dann habe ich wiederum jeweils für beide Seiten hier unten diese Ansicht und kann nur auf der einen Seite ein neues Fenster öffnen. Oder eben auf der anderen Seite. Es ist jetzt auch möglich, über den App-Switcher direkt zwei Apps in eine Splitview-Ansicht zu bringen, indem ich eine App auf die andere lege und da kann ich mir dann auch die Richtung aussuchen. Und rechts im App-Switcher werden mir dann noch Apps angezeigt, die in SlideOver geöffnet sind. Ich kann eine App dann auch nehmen und aus der Splitview-Ansicht wieder entfernen. Gut, dann kommen wir zu was ganz anderem. Diese Tastaturleiste hier unten wurde stark erneuert. Zuvor gab es auch schon eine, aber die neue ist grundsätzlich anders. Zum einen passt sich die Leiste je nach App an und bietet einem dann Buttons für verschiedene Funktionen an. Zum anderen kann ich hier weitere Funktionen aufrufen, wie zum Beispiel, dass die richtige Display-Tastatur angezeigt wird oder Emojis angezeigt werden oder dass ich das hier rechts minimiere. Somit ist es möglich, die Tastaturleiste auch jederzeit auszublenden. Wenn ich auf der Command-Taste länger drauf bleibe, öffnet sich immer noch das Menü für Shortcuts, also Tastaturkürzeln. Die Kategorien wurden hier übersichtlicher gestaltet. Ich kann sie so einzeln antippen oder auch einfach hier oben durchscrollen. Und links habe ich eine Suche. Kann hier irgendwas eingeben und so wird mir das dann eben angezeigt. Neu ist jetzt auch, dass die Taste mit der Weltkugel hier hineingenommen wurde. Das ist auf dem Magic Keyboard zum Beispiel die Taste ganz links unten. Und abgesehen davon wurden auch hier viele neue Shortcuts hinzugefügt. Es hängt sowieso ganz davon ab, in welcher App man ist. Je nachdem werden einem die passenden Shortcuts angezeigt, aber es sind hier auch einige neue hinzugekommen. Des Weiteren wurde die reine Navigation über die Tastatur verbessert. In einigen Apps ist es möglich, die Tab-Taste zu drücken. Dann wird ein Button markiert, wie ihr das da links oben seht. Und dann kann ich über die Pfeiltasten navigieren. Und drücke ich wieder die Tab-Taste, gehe ich aus diesem Modus sozusagen raus. Also die reine Navigation über die Tastatur wurde optimiert. Die Widgets gab es ja auf dem iPad bisher nur in dieser Seitenleiste. Und das hat sich auch letztes Jahr mit den neuen Widgets nicht verändert. Doch jetzt haben wir die Widgets auch auf dem Homescreen. Im Grunde so, wie wir es vom iPhone kennen. Das heißt all diese ganzen Größen und ich kann mir aussuchen, wo ich sie platziere. Auch wie wir es vom iPhone kennen, kann ich dann im Bearbeitungsmodus links oben auf das Plus gehen und bekomme dann hier die ganze Widget-Auswahl angezeigt. Und da sind jetzt unter iOS und iPadOS 15 auch neue Widgets hinzugekommen. Zum Beispiel für den App-Store, für Mail, für die Kontakte-App mit den Favoriten, das ist hier wieder zurückgekehrt, auch auf dem iPhone. Und auch für Game Center und die WoEsta-App gibt es jetzt ein eigenes Widget. Bei manchen Apps gibt es auch eine neue Größe speziell für das iPad. Zum Beispiel beim TV-Widget haben wir dann diese Version hier oder beim Kalender-Widget haben wir diese große Kalenderansicht. Die vom iPhone bereits bekannten Stapel bei den Widgets gibt es auch am iPad. Und der Bearbeitungsmodus von einem Stapel sieht jetzt anders aus. Nicht nur am iPad, sondern auch am iPhone, das habe ich in meinem iOS 15 Video nicht gezeigt. Letztendlich ist es sowieso einem selber überlassen, wie man das gestaltet und welche Widgets man nutzt. Möglichkeiten gibt es hier jedenfalls sehr viele. Und falls sich jemand fragt, wie es ist, wenn ich das iPad drehe, da drehen sich die Widgets dann auch mit und passen sich jeweils an. Auch die App-Mediathek gibt es jetzt hier auf dem iPad. Entweder ganz rechts, so wie es hier auf dem iPhone ist, und aussehen tut das natürlich auch sehr ähnlich wie am iPhone, nur ist das Ganze auf dem größeren Display anders. Aber ich kann auf die App-Mediathek auch jederzeit über das Dock hier rechts unten zugreifen. Und das finde ich sehr praktisch. Vor allem aus einer App heraus kann ich das Dock einblenden und direkt die App-Mediathek öffnen. Und das gefällt mir ganz gut. Ich finde, genau das macht es für mich irgendwie praktischer auf dem iPad. Ebenfalls ist es jetzt möglich, auf dem iPad über den Bearbeitungsmodus hier in diese Ansicht zu kommen und einzelne Seiten vom Homescreen auszublenden. Und wie es ja auch bei iOS 15 neu ist, kann ich hier auch die Reihenfolge der Homescreen-Seiten verändern. Dann kommen wir jetzt zu einer Neuerung, die sich Quick Note nennt, also eine Schnellnotiz. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, so eine Schnellnotiz einzublenden. Entweder mit dem Apple Pencil, indem ich von rechts unten so hineinwische. Ich zeige es euch nochmal. So ist es auf jeden Fall sehr praktisch, indem ich einfach so immer schnell ein neues kleines Notizenfenster für eine Schnellnotiz öffnen kann. Ich kann es auch auf der Seite minimieren oder komplett schließen. Eine weitere Möglichkeit ist über die Tastatur. Wenn wir uns das mal genau ansehen, sehen wir ganz unten links Schnellnotiz über Weltkugel und Kuh. Und die dritte Möglichkeit ist über das Kontrollzentrum. Da gibt es jetzt einen neuen Button. Darüber kann man auch eine Schnellnotiz öffnen, wenn man möchte. Hinzufügen kann man das in den Einstellungen unter Kontrollzentrum. Da hat man jetzt eben Schnellnotiz. Aber den Button für die Notizen-App, den gibt es nach wie vor. Was kann ich in so einer Schnellnotiz machen? Natürlich mal etwas reinschreiben über die Tastatur. Dann kann ich auch mit dem Apple Pencil hier etwas reinschreiben oder reinzeichnen. Und da habe ich auch diese Werkzeuge unten. Hier kann ich eine neue Notiz erstellen und über den Button kann ich es teilen oder löschen. Über den Button ganz rechts kann ich die Notizen-App öffnen. Verlasse ich eine App bei geöffneter Schnellnotiz, wird sie automatisch auf der Seite minimiert und lässt sich jederzeit wieder einblenden. Das kann ich aber natürlich auch eben manuell machen. Ich kann es einfach auf die Seite schieben und jederzeit wieder reinholen. Komplett ausblenden lässt sie sich natürlich auch. Mit der Zoom-Geste kann ich auch die Größe des Fensters verändern. Mit den Fingern funktioniert das schon ganz gut. Mit der Maus fühlt es sich noch ein bisschen nach einer Beta an. Öffne ich eine Schnellnotiz in Safari, habe ich hier automatisch einen Button oben, um den Link dieser Seite in der Schnellnotiz hinzuzufügen. Bin ich da jetzt komplett draußen und ist die Schnellnotiz geschlossen, wird sie mir automatisch hier unten vorgeschlagen, sobald ich wieder auf dieser Website bin. Markiere ich auf einer Website einen Text, habe ich die Möglichkeit, ihn zu der Schnellnotiz hinzuzufügen und gleichzeitig auch zu verlinken. Das werde ich euch gleich zeigen, was das heißt. Aber ich mache das jetzt noch mit einem zweiten größeren Text, so würde das dann hier aussehen. Und auf der Website bleiben diese Stellen auch markiert. Wieder habe ich jetzt alles geschlossen und wir sehen, wenn ich auf die Website zurückkehre, ist die Markierung noch da. Ich bekomme eben den Vorschlag unten, kann die Schnellnotiz so öffnen und tippe ich dann auf diesen Text in der Schnellnotiz. Dann seht ihr jetzt, was ich gemeint habe mit, es wird auch verlinkt, denn ich werde dann automatisch auch an die Stelle der Seite gebracht, wo dieser Text zu finden ist. In einer handschriftlichen Notiz ist es jetzt auch möglich, ein Foto einzufügen. Ich wähle jetzt hier ein Foto aus, wechsle mit Command-Tab in die Notizen-App zurück und kann es jetzt hier einfach reinziehen. Es ist dann auch möglich, das Foto hier frei zu platzieren und zu vergrößern und zu verkleinern. Und wie es sich manche schon denken können, auf dem Foto kann ich dann natürlich auch etwas schreiben oder zeichnen. Dann kommen wir mal zu Safari. Bei Safari hat sich vor allem im oberen Bereich einiges geändert. Das fällt schon mal auf, wenn ich hier mehrere Tabs offen habe, wie das einem hier dargestellt wird. Nämlich insgesamt einfach kompakter. Und wenn ihr mich fragt, so auch etwas übersichtlicher. Wenn ich bei einem Tab auf diesen Button gehe, finde ich einige Funktionen hier, die es zuvor als einzelne Buttons gab. Also das ist jetzt hier insgesamt zusammengefasst. Und bei der Leiste rechts wurden auch ein paar neue Dinge hinzugefügt. Ich nenne es jetzt mal die Tab-Auswahl, denn ich kann jetzt hier Tab-Gruppen erstellen. Habe ich mehrere Tabs geöffnet und will diese speichern, kann ich hier eine neue Tab-Gruppe aus diesen Tabs erstellen. Oder eine neue leere Gruppe und kann dann darin etwas öffnen. Jedenfalls benenne ich das dann und es wird mir hier angezeigt. Und ich kann dann zwischen der normalen Seite einen privaten Tab oder eben zwischen diesen Tab-Gruppen wechseln. Und ihr seht, in den Tab-Gruppen sind dann diese ganzen Tabs gespeichert. Alternativ kann man diesen Wechsel übrigens auch über diesen Button hier oben machen. Indem ich die Seite so nach unten ziehe, kann ich die Seite aktualisieren. Und eine Funktion, die damals auf dem Mac mit macOS Big Sur hinzugekommen ist, gibt es jetzt doch hier. Nämlich kann ich diese Startseite bearbeiten. Also festlegen, was hier angezeigt und welche Reihenfolge es haben soll. Die Diktierfunktion wurde jetzt besser in die Suche mit eingebunden. Ich habe jetzt hier oben oder hier unten einen Mikrofon-Button und tippe ich drauf, muss ich danach nur etwas reinsprechen und es wird automatisch danach gesucht. Die Übersetzen-App, die letztes Jahr auf das iPhone gekommen ist, gibt es jetzt hier auch auf dem iPad. Rein funktional ist es dieselbe App, wie wir sie vom iPhone kennen, nur eben entsprechend an die Größe des iPads angepasst. Unter iOS und iPadOS 15 hat die App aber auch im Allgemeinen ein paar Verbesserungen erhalten. Dann haben wir dann auch Universal Control. Das werde ich euch noch richtig ausführlich in meinem macOS Monterey-Video zeigen. Das Zusammenspiel zwischen iPad und Mac wird dabei so verbessert, dass ich zwischen beiden Geräten sehr leicht Dinge hin und her schieben kann. Und es wird eine einzige Maus für beide Geräte benutzt. Das gleiche gilt auch für die Tastatur. Die Tastatur vom Mac ist dann gleichzeitig die Tastatur vom iPad. Das darf man aber nicht mit Sidecar verwechseln. Da wird nicht das Display gespiegelt, sondern ich mache ja immer noch zwei separate Dinge auf den beiden Geräten. Und das funktioniert übrigens nicht nur zwischen zwei Geräten, sondern es können insgesamt auch mehrere Geräte sein. Mit Live-Text haben wir auf dem iPad eine Funktion, wo in Fotos automatisch Text erkannt wird. Tippe ich auf den Button rechts unten, kann ich dann Text auswählen, eine Telefonnummer zum Beispiel, und die dann anrufen, eine Nachricht senden oder speichern. Und kann allgemein mit Text so umgehen wie mit ganz normalen Text. Kann das also beliebig markieren und habe dann diese ganzen Textoptionen. Man sieht auch, wenn ich die Maus über einen Text beim Foto bewege, passt sich der Cursor entsprechend an. Und bei manchen Fotos ist mir auch aufgefallen, dass dieser Button rechts unten gar nicht erscheint, Text aber trotzdem erkannt wurde. Liegt vielleicht ja noch an der Beta. Die Spotlight-Suche hat auch ein paar Verbesserungen erhalten. Was ich aber hier hervorheben möchte, ist, dass ich auch auf dem Lockscreen die Spotlight-Suche einblenden kann. Was ich persönlich jetzt sehr praktisch finde. Abgesehen von dem, was ich euch jetzt hier gezeigt habe, gibt es aber noch sehr viele weitere Veränderungen und neue Funktionen in iPadOS 15. Dinge, die nämlich iPhone und iPad betreffen. Also, wenn man so will, gemeinsame Veränderungen und neue Funktionen sind. Solche Veränderungen und neue Funktionen lassen sich in all diesen Apps oder in all diesen Hinsichten noch finden. Und wie schon gesagt, es gibt durchaus einiges, was es da noch zu zeigen und zu sagen gibt. Wer also in gewisser Weise alles sehen will, was sich auf iPhone und iPad verändert hat, der kann sich auch gerne mein iOS 15 Video ansehen. Da gehe ich nämlich auch sozusagen auf den Rest ein. Ansonsten dürfen wir natürlich nicht vergessen, dass das eben noch die Beta 1 ist. Apple wird noch sicher einige Veränderungen daran vornehmen. Und durch die Beta-Phase hindurch wird es von mir dann noch Videos geben, wo ich euch zeigen werde, wie sich iPadOS 15 noch verändert. Enttäuscht war ich jedenfalls darüber, dass es immer noch keine eigene Taschenrechner von Apple gibt. Natürlich kann man sagen, da gibt es genug Drittanbieter-Apps dafür, aber trotzdem. Und was ich eigentlich noch mehr schade finde, ist, dass es immer noch keine Wetter-App von Apple gibt. Gerade jetzt, wo sich unter iOS 15 die Wetter-App auf dem iPhone verändert hat, hätte ich erwartet, dass wir es dann auch auf dem iPad bekommen. Im Großen und Ganzen haben wir mit iPadOS 15 natürlich durchaus einige praktische neue Funktionen und Verbesserungen erhalten. Aber leider nicht das, was ich mir persönlich gewünscht hätte. Nämlich Dinge, wodurch das iPad einen Computer besser ersetzen kann, vor allem im professionellen Anwendungsbereich. Anscheinend will Apple hier noch bewusst eine gewisse Trennung zwischen iPad und Mac haben. Ich hoffe jedenfalls, dass das Video euch gefallen hat. Und wenn ihr mich noch nicht abonniert habt, aber an weiteren Videos von mir dranbleiben wollt, dann klickt auf Abonnieren. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video.